Hallo zusammen, heute sind wir bei Squid Game, dem Spiel von MyStake, wo ihr direkt in der Beschreibung und in den Kommentaren einen Link findet, der euch zur Casino-Plattform MyStake führt. Die Anmeldung ist ganz einfach und wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, könnt ihr bis zu 500 Euro extra gewinnen, vor allem 500 Euro gratis. Schon mit, glaube ich, 10 oder 20 Euro könnt ihr starten. Ich empfehle euch, direkt 100 Euro in euren Cashout zu stecken, dann habt ihr 600 Euro Startkapital. Und wenn ihr hier Squid Game spielt, wie ich es gerade mache, werdet ihr sehen, dass man mit 100 Euro sehr schnell weit kommen kann, besonders weil man schon die 500 Euro als Basis hat. Ich habe den schwierigen Modus eingestellt, deshalb mache ich viele Fehler. Das Ziel ist es, den doppelten Gewinn zu erreichen, denn dann bekommt man alles direkt zurück. Also weiter geht's, vielleicht gehen wir weiter nach rechts. Statistisch gesehen sollte das gut sein. Wir machen das jetzt in der Mitte, nach links, auf gut Glück. Also machen wir das nochmal. Wir hätten Geld nehmen sollen. Lasst uns das nochmal machen. Wir gehen nach rechts. Ihr seht, im schwierigen Modus ist es ein etwas riskantes Spiel. Andererseits, wenn wir auf einem Haufen gewinnen und vielleicht 20 Euro setzen, versuchen wir es mit der ersten. Nein. Normalerweise hat man eine von drei Chancen. Das ist wirklich einfach Pech. Und jetzt, zack, wir cachen aus. Schon haben wir alles zurück. Ihr müsst in der Regel nur zwei Felder schaffen und ihr bekommt alles zurück. Lasst uns drei Felder machen. Wir nehmen das vierte, cachen aus und haben schon alles zurückgezahlt, was wir vorher verloren haben. Und ich glaube, wir sind schon im Plus. Ihr seht, mit nur 20 Euro, ich empfehle euch dringend, euch anzumelden und ungefähr 100 Euro beim ersten Mal einzuzahlen. Vor allem, weil ihr große Anmeldeboni bekommt. Und damit könnt ihr wirklich weit kommen und viel Geld verdienen in diesem Squid Game, das genauso ist wie in der Serie. Bis später, Leute.